Na ihr Geilen Kartoffeln, hier ist nochmal ne kleine, fick dich du Pisser, hier ist nochmal ne kleine Adventure mit meinem kleinen Gast und zwar den Torben, den Geilen Kartoffeln Spasti, und ich lese jetzt erstmal vor, welcome to Space Perch Customer by Troy Boy, Leck mich am Arsch, aka Kitty Awesome Blah, Version Leck mich, Special Shanks on, hier hab da Namen, mit Tested for Version 172, through 175, Turn off clouds in settings for best effect, render distance set as high as you can for a better look, und so weiter, also wir sollen Wolken ausmachen in den Optionen, und, nochmal, nochmal, wir sollen Wolken ausmachen, ja, Wolken ausmachen, hier Wolken sind bei mir aus, warte mal, ich guck mal, ich guck auch mal, Wolken an, ok, aus, und was soll man noch machen, und die Render Distance, also die Sicht, die Sichtweite, die auch so weit wie es geht, so weit wie es geht, ok, äh, Sichtweite, 8 Chancen, dann muss ich auf 16, ok, ja, hab ich auch, hab ich auch jetzt, so, wo ich sagen, kann man den Schalter betätigen, äh, ah, links oder rechts, ich geh mal links, soll, ist das in die Labyrinth, ne, dann geh ich mal rechts, ne, was das hin, du kommst auf andere Seite raus, was soll man hier machen, aber wir müssen dann hier machen, erst mal richtig, Spaced Rookie, Star Soldier, Master Blazed, select the game difficult for all the players, ok, hier kommen wir die Difficulty auswählen, was haben wir hier, beginn with an introduction, if got this man, go ahead and skip the intro, verpisst euch, klick hier, if you need to clear out your inventory, gut, als erstes sehen wir mal eine Difficulty auswählen, dann würde ich direkt mal sagen, die Mitte, sind dann keine Pussys hier, muss ich auch drauf drücken, ich hab jetzt auch noch drauf gedrückt, ist für alle Player gilt das dann, und dann fangen wir hier mit dem Intro an, kommt hier hin und drückt den Intro-Button, ja, da passiert jetzt echt viel, und Chat, Ach so, Chat, da unten, Don't forget to show the difficult level on the walls behind, und, you have been chose to investigate, what happened at large, remote, Space Station, everything, ich hab kein Bock zu lesen, das selbst. Ich löse die ganze Zeit nicht mit. Ich löse die ganze Zeit nicht mit. Ich löse die ganze Zeit nicht mit. Ich löse die ganze Zeit nicht mit, Hauptsache ich kann springen. Ah, ich hab einfach mal den Chat jetzt aufgelassen. Spielmodus würde gerne. Oh, Was will denn jetzt sind wir da hier? Oh, das ist das Weltall. Sir Lynch. Alter, nein, du bist so eine Missgeburt, ne? Tschüss. Wer war das? Du stinkst doch echt so hart nach Marine. Jawohl, erstmal schön länger, erstmal schön am Lägenjaggen. Alter. Hauptsache, das hat schon wieder rumgelegt, wie sonst alle. So, das ist ein Schalter, weil jetzt auch wohl so links, alles klar, passiert nichts. Alter, warum leckt er denn jetzt schon wieder? Diesen Schalter, die haben auch nichts geworfen, irgendwie wieder Probleme, ey. Alter, das ist so, und zwar, alt mal 222, 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 222. Ich hab wenigstens noch Fleisch gekriegt. Mit Hauptsache, das leckt wieder wie krankhafte Muschipisse. Also bei mir leckt es gar nicht. Ja, du nimmst ja auch nicht auf. Jawohl. Also ich hätte hier noch zwei Rüstungen zu vergeben, wollte er die haben? Ja, gerne. Nein. Ich will auch. Auch wenn ich lecke. Ich will trotzdem. Nur die Schwerter, die behalte ich, die drei Stücke. So. Hör mal hier. So, Patrick, was hast du denn noch im Angebot? Ich kann tauschen, das hat noch einen Helm. Ach guck mal, Leute, hier geht's weiter. Ich kann dir dat und dat nur geben, und dat und dat und dat. Ey, Leute, hier geht's weiter. Guck mal hier. Ja. Wai, 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 da, eine Torben. Ok, ich hab, glaube ich, einen Torben gehört. Ich hab, äh, friedlich eingestellt. Muss ich ja irgendwie umstellen? Tja, weil du bei dir privat eingestellt hast, juckt eh kein. Ich hab Umfzauber auch friedlich. Ok. Aber trotzdem sind welche da. Das kannst du per Dingens machen. Ja, das denn. Du hast das Schwert, ne? Also. Warte. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wenn du Schwerter krisst. Komm, wir können zum Trollen sein. Aber nicht bei einer Story getriebenen Map. Ja, stimmt. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Und hier kommen noch mehr. Alter, das sind... Geht hier hin, geht hier hin. Hallo, hier ist frei bei mir. Hm. Ja, wer ist auch frei? Geh mal, kommt hier. Schnetzeln einfach die Zombies und gib uns da mal ein Schwert. Ja, mach ich. Ich bin... Dann wusste ich nicht. Hey, Gert, ich werde zum Trollen. Okay. Okay, hab ich völlig gemacht. Ich wusste, Torben. Ich wusste, mir. Okay. Die Spoiler mal neu, die Wichser. Ja, klar. Deswegen gib... Hier, hier, hier. So, da. Kuh und Kuh. Da. Da kommt über einer. Danke. Lecky, lecky, lecky. Da, 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 da. Stirb doch. Lol. Lol. Ich hab auch so sehen, ob die draufgeprügelt. Du bist ein Genie. Alter, hier liegen die ganzen Karotten jetzt rum. Nimm die mal einer. Karotten. Oh. Nein. Jetzt hab ich nichts mehr. Doch, ich glaub, ich hab noch alles. Na klar. Lass mal schnell den Blut waschen. Ich hab keinen Bock hier stundenlang rum auf zu auszuharen. Auszuharen? Auszuharen. Oh. Hier geht's rechts rein. Jawoll. Ja. Ja. Genau so. Genau so. Ja, klar. Gibt's hier Tröchen? Oh, okay, ich bin tot. Lol. Alter, wie viele? Junge, da ist ja, da ist wie Dead Space, ne? Aha. Ja, warte, da soll Dead Space nachspielen, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht. Kann auch so sein. Ja, hier ist ein Knopf. Wo bist du denn? Irgendwo hier. Ja, weiß schon. Ich köpfe mal alleine hier, ne? Da ist mein Knopf. Ich verteidige euch mal hier, ne? Da ist ein anderes Teil. Ich weiß jetzt nicht, wie sie hat, ne? Alter. Jo. 5 FPS. So muss das. Leck mich am Arsch. Ah, da kommt schon ein Spinnen. Warum leckt das so? Ah, ich wär jetzt mal grad totgeprügelt. Oh. Wo habt ihr mich hierhin gebracht? Keine Ahnung. In einer Adventure-Map. Alter. Alter. Leck, 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 leck. Mein größerer Feind ist der, ist der Leck, ey. Schau die Scheiß-Zombies. Ne, da hab ich gar nicht du. Ja, du nimmst auch nicht hoch. Ja, gut, aber normalerweise Minecraft leck, sollte nicht lecken. Also, ganz komisch. Das hat ja, letztes Mal mussten wir deswegen ja auch abbrechen. Ja, stimmt. Alter, ich renne hier mit 2 FPS, maximal 6 FPS rum. Ja, da, da. Ja. Sorry für die Hardcore-Lacks, äh, ich hab 1 FPS. Genauso muss das, ähm, ja. Ich bin schon wieder tot, ey. Ja, ich weiß, ich schlag grad einfach nur um mich, äh, weil ich angegriffen wurde und ich... ...nur am Lecken bin. Scheiß die Wand an, ey. Vor allem im Speicher kann das nicht liegen, der ist noch voll. Auch nochmal weiter. Alter, warum leckt die Kacke so? Warte mal. Patrick... Ja, ich verteidige dich mal, ne? Ja, ja, warte... Ach. Ich muss nicht mal kurz auf Kaube sein. Na, erstmal die Partik verteidigen. Na, gucken, aber ich glaub, da hinten kommt nichts mehr. Na, ein zum Beispiel ist nicht schlimm. Und er geht wieder. Ja, lecken wir am Arscher. Vor allem Frapz sieht man eben kurz meine CPU auf 60 hoch. Und bei Datenträger steht 100%. Ja, gut, aber ganz ehrlich, ne? Frapz ist auch scheiße, eigentlich. Ich finde, es gibt bessere Programme, aber ich... ...hab keines gefunden, womit ich auch Minecraft aufnehmen kann. Sonst nutzt sich eigentlich schon Shadowplay. Boah, kann ich irgendwie nur in den Einstellungen irgendwas... Äh, 4 Stakes. Warte mal, ich mach mal kurz auf. Ein normales Tech-Shop-Pack. Denn die 4 Stakes doch. Na, hast du mal zu essen. Dann kannst du heilen, in Anführungsstrichen. Da liegen ich, da sind schon Bogenküten, naja. Naja, aber da gehe ich jetzt so nicht hin. Das ist die komplette Anwendung Minecraft. Dann kannst du den Texture-Pack wechseln. So. Und er hat trotzdem nicht so Texture-Pack gewechselt. Das ist die Legings-Farwards. Ah, jetzt läuft's los, Jäga, okay. Ich hab jetzt einfach mal das normale Tech-Shop-Pack genommen. Jetzt können wir besser machen. So, wo gehen wir hin? Zu Crew-Krotter, Gamma, Selection 2, oder einfach da vorne zu den Sklitz? Einfach mal hier kommen. Oh, okay. Das wird schwer. Erstmal ein bisschen in den Regen. Das wird jetzt nicht leicht. Ich hab' Fressen. Alles klar. Der erste Truhe. Oh, ein Diamant. Sie greifen an. Was gut ist, wenn wir uns richtig positionieren, töten die sich erstmal halbgegenseitig hier. Ihr könnt nichts hier... Okay, ihr könnt auch was. Scheiße. Genau. Ah, schnell hinterher. Was? Schick, Schick, cott. Lo AREs, Wella, verstanden. Ja, deshalb mache ich am Anfang an. Im Zumifizienkumsizdeutsch du mich ja erstmal nur am Verret Hund. Okay. Deft. Muss Torben, Anemus, Patrick. Geh, ich bin ja ... Ja, gute Frage, nicht. Alter Scheiß. Ich hab' nur ein halbes Herz. ich bin tot aber ich habe vorläufig nachordnen nein so könnte ich selbst das ist fast weil er hat noch anderthalb herzene ich bin so am verkacken doch danke ein Herz noch mit der Ballus hier ich gehe durch ja ich habe noch ein Zwerbchen Prozent hat der Kurschef 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 die Pistole ich habe und das muss man durch Schwarzten werden erläutig habe also ein problem wir sind auch die leute ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin tot lol scheiße patte wir können nicht mehr durch ne torben du musst das alleine machen wir können nicht mehr zurück sprinte einfach sprinte und geht durch das tor hier wo der name ist sprinte vor deinem leben sprinte zeig der außenwelt dass du besser wirst zeig es ja der außenwelt zeigen das ist mit anderthalb herzen war das ziemlich riskant ah geil du bist hier bist vor uns sehr gut er hat so und das sind du siehst ziemlich geil aus warum drück mal 5 8 erfüllen warum ach so ja gut zombies juhu ist das jetzt eigentlich nur so eine map wo raum für räume an versäuberung ist aber die haben alle irgendwie so diese karotten das ist gut veräppeln ich lass mich in die ecke dringend aber die ich kann dir die die lassen wir können fallen ja lauf mich los wie alle auf mich gehen die schnellste sie von hinten er macht das helfe immer und ich komme noch die ganze erfahrung und torben vor mehr dass wir torben helfen wäre ganz gut nach aber aufpassen ist es die feiern ja ja ich weiß ich habe schon zweimal die man durch die tür warte mal das ohne tür was ist denn darin ok braucht keiner hier sind armini zum ist nah weg bis tot die sind zum wirken zum wirzen nein also die kleine fischer sind die tat die abgehend und auch noch nicht für mich betont wird die zu oder kann weiter die kleine die ihr verlaut mann Tartstein ja sicher laufen laufen ich habe eine geile position Leute, Mini-Zombie-Attacke Alter, Mini-Zombie-Penetration 500.000 Klar, die ganzen Zombies Jawoll, tötet mich, komm, ja, gib mir noch einen, jawoll Alter, ich hätte nicht schon mehr Na, geh da durch drauf, drauf drauf, drauf 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 drauf. Oh, ich habe ne Kartoffel…. Ich fliehe! Und wer da tot? Ich habe ein Spawn hier gesetzt Wenn du durch die andere Tür gehst dann sitzt dann ein Spawn da Oh, das klar Ich renne mal hier durch, ne? man geht dann laufen aber nur kleine missgeburt von zombie ich mache die tür zu mir bis jetzt die ganze zeit rauskommende gut bald ich bin direkt gespawnt tormo wissen leute kommen wir zur cafeteria da wo die ganzen zombies gerade an der wand stehen alter krank oder wenn ich auch noch nicht Prozent sie sind achtet der Gäste immer wieder raus so ist es Prozent Torwart hier rein und dann drauf den Schalter drücken Nio Spinnchen Aspille gehen aber die Alternative Kasse hinter dir hinter dir Torben hinter dir Torben hinter dir Torben hinter dir Wieso ist das hier im Schlachten ja ja läuft schon wieder tot mache ich immer alleingang geil ist keine Rüstung mehr kein gar nichts wir sind rechts brauchst du noch Rüstung ach quatsch komm wir gehen komm wir gehen links ich bin aber beschlossen komm wir laufen einfach Torben Torben komm kommen Prozent wenn ihr die Eifel würden Prozent der Töte 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 Räume Räume und das ist gleich so Set Spawn hier treffe den Knopf so Aua tut mir leid aber ich kann nicht reduzieren die der Läuter es hat jetzt nur Gänge durch durch war schon durch war schon durch war schon hart das kann wohl sein bisschen verkauft die auch wir gehen gerade aus dem mann control Junge jetzt wissen okay dann müssen wir wahrscheinlich in Schaltung legen wo ist das so was von so was von Dead Space Control hier ne Dead Space nahmen Sportar Armoury dann würde ich sagen Armoury ey Leute warte bis hin mit euch wir beide in anderen Regionen ich sag doch das dann Armoury hier hin was Armoury ist doch hier entlang Armoury ist nach rechts zu verdient nachher auch das dafür Krassersmartin hier Alter auf Alter hier ist das nicht so witzig ich war ohne Spaß nein ich bin ich bin zwar nicht die Hälfte wie in den Englisch aber ich habe null Plan was Armoury ist ich meine was mit Armoury ist Armoury ist Ausrüstung da kommt alles nicht so also control ne wir gehen einfach hier lang das war noch was aber Pate du bist ganz schön ohne Rüstung ich weiß medical lab auch dicht da können wir trotzdem einigen jetzt haben wir hier Admin Center, das hört sich doch mal gut an. Tom ist nur hinter uns. So, wir gehen jetzt links zum Admin Center. Das hier. Ja, ich wollte nur gucken, ob die Tür auf geht. Das Passwort ist gelockt. Hi, aus dem Mapmaker. Hier, der Messer, der hat so gebaut, dass wir da nicht drüber können. Obwohl doch, warte, hier können wir nicht drüber. Hm, drüber kommst du ja nicht. Da kommt man gar nicht drüber. Das ist irgendwie so ein Megasprung. Du willst, wo willst du denn da hinspringen? Dann würde ich da rausgekommen. Ja, ne. Das ist aber wahrscheinlich schon an anderen Dingen hin. Oh mein Gott, das ist von Adventure Map, Alter. Du bist ja nicht so geil. Nein, da komm mal nicht. Da hab ich schon versucht. Dann gehen wir mal Engineering. Altersschwehe, wo gibt's denn die, ah, guck mal hier, warte mal hier. Da, jetzt sind wir doch wieder am Anfang. Hier haben wir. Hier ist, ach guck mal, der Engineering muss auf. Hm, der zweite Zeichnachricht, Z-Born hier. Ey, ne kleine Jump-Map. Naja, Jump. Ich geh die Täter. Lol, lol, lol. Äh, ja. Äh, tschö. Ich geh mir runter. Tore, Diamanten. War gar nicht schwer, nur Diamanten und, äh, was macht man jetzt? Da war noch. Äh, Leute. Alter, hallo. Ja. Ah, hier drauf, auf die Leitern, auf die Leitern. Okay. Jetzt hier hoch. Oh, nein. Okay, das, das, das schaue ich nicht mehr. Ah, ich hab jetzt. Ah. Mann. Nein. Na. Ich bin da tot. Ich glaube, wir müssen da hinten die Treppe hoch. Ne, wir müssen hier hoch, hier hoch, glaube ich. Bei der Venture, bei der Kleine, ich mach die Kleine hier einfach völlig. Ja, System, ah, guck mal. Licht an, Licht an. So. 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 Ich hab einfach mal angemacht hier alles. So. Vielleicht sind da die Räume. Mhm. So. Du machst dir leider wieder aussehend gemacht hab. Unden. Ganz unten hasse vergessen. Na toll, da hat mir jetzt viel gebracht, hat man durchs Johor. ар kann weggebringt, oder was. der anderen also kommt jetzt geht auch lava durch warum geht jetzt dadurch kann ich die nicht verraten aber anscheinend nicht durch alle sollen da hinten ist da hinten ist andere leiter die kasse kröpfer nach klausel und schüler komme ich bin jetzt mal zum explodieren von mir kommt es erscheint noch geschafft haben auch noch mehr ach so jetzt wissen heute die an überall mal unten als klasse an dann gehe ich schon mal zwei tagen höher geht nur eine etage höher ich geht zwei etagen höher macht die an warum lebst du noch bis dahin ist von uns gegangen aber ich mach die letzte reihe oben an eine gedenkten minute so ja völlig warte können wir ruhig springen da geht das nicht hoch wir müssen die wir müssen die treppe hoch jetzt warum kannst du ja auch noch wir sind fertig hier immer und fertig du bist so langsam wir haben und wir haben die müssen hier hoch trocken das ist noch nicht ach so gut es wird es wird immer in den liebsten die als drüber später abhalten das soll ich da leckten nun und so um es soll es an so Tom was ich auch ein und so gedacht das ist morgen vor mehr machen aber heute der Tag der Tim hat nur einmal an den Amt gestellt Arsch Er hat es an mir auf jeden Fall am gleichen Tag gemacht. Du hast bis 11 Uhr Zeit noch da zu spielen. Yo. Autsch. Alter, so was für dich hier? So, drei Säulen, drei Lava. Alles für mich fertig. Haben wir halt jetzt gebracht? Vielleicht sind jetzt die anderen Räume auf. Mittler glaube ich nicht. Meinst du? Ja, guck mal jetzt. Aber das ist wohl eigentlich auch gut denkbar. Das ist ja eigentlich auch wie im Spiel. Du hast die ganzen Räume oder was? Ne, im Film war da der LDR. Ach fuck, egal. Ist gut so, dann haben wir hier oben. Warum gehst du wieder runter? Ich geh runter, ich hab nur geguckt. Und ich verfolge zwei Creeper. Die ich dann mal geschlachtet hab. In der kleine Kopfschule. Nein, die Räume sind nicht auf. Wie, die Räume nicht auf? Nein. Vielleicht der nicht, aber gucken wir mal andere. Das ist jetzt ein wenig... Wenig ärgerlich. Das ist der von... Konnte man da ganz rechts... Konnte man hier ganz geradeaus noch ein bisschen? So. Vielleicht gibt's jetzt im Admin Center oder im Mankontroll irgendwas. Das ist nicht mehr so viel Nahrung. Da ist nix, da können wir nix machen. Hat sich da irgendwas getan, blocktechnisch. Ach guck mal, das ist net in hier. Guck mal hier. Hier ist einfach offen. Andi, doch nicht. Andi, doch nicht. Mit kotzen. Hier hat man schon bis irgendwie... Scheiße. Würde ich auch sagen. Es gibt gestern. Ja. Das ist einfach nur von A, NAB, von BNAC, von C, NAB. Aber ich muss die ganze Zeit nur schlachten. So, wenn du wegstrollen willst, brauchst du ja Jumpmaps. Und das hast du hier gar nicht. Da bist du nicht vorhanden. Vor allem, sie haben drin geschrieben, dass hier Parcours sein soll. Ja, das ist jetzt hier unser Lava-Parcours war da. Wow. Hier kommen wir, glaube ich, hier, ne? Ja. Da hatte ich aber keine Motivation, irgendwas zu machen. Und wirklich schwer waren die auch nicht. Ich weiß dir einfach nicht, wie das hier weitergehen soll. Scheiße. Hier unten ist jetzt was... Ach guck mal, hier unten sind aufgegangen. Okay, es hat Spawn hier. Access Tunnel Autorise Blah. Please Regress at Mainframe Access to Obtain Proper Access Tunnel Security Blah. Okay, wir müssen hier rein. Oder? In der Fall, da kommen wir. Wir müssen hier hoch. Ja, und hier ist jetzt einfach mal... In der Menge. Du, das verstehst du ja. Information, Kiosk, Information, Kiosk. So. Zündig viel und von zündig viel, das ist keine Ahnung. Management. Medical Management. Alter, es ist komplex. Environment. Power. Maintenance. Security. Oh. Sensor Array Model. Sensor Array Model. Ich weiß nicht, ob er das jetzt gemacht hat, aber... Ah, läuft. Dann wir hier. Mainframe Access. Detektivate System. Please insert five power couples check the med lab for approving replays. Okay, also wir müssen jetzt in ein Medizin Labor, um da irgendeine Scheiße hereinzulegen. Medizin. Das habe ich rausgekriegt. Junge Alter, lass mal eine andere Band für irgendwann mal aufnehmen. Das heißt, wir da irgendwo hinrennen und da habe ich keinen Bock drauf. Ne, lass sie aufhören, das macht euch keinen Spaß. Das brechen wir hier ab. Kregola Teile, Mann. Wie finde ich die Menschen, die wir jetzt entscheiden, dann zum Strich. Also ich finde, das ist ja nicht gemeint, so mit dem Dead Space Nachmacher, sage ich mal. Aber so richtig, Spaß macht es nicht. Ich habe hier von gar nichts verstanden, muss ich sagen. Es war auch ein bisschen komisch. Also Dead Space, wir übersehen eigentlich darauf hier, du musst in so einen Raumschiff und die ganzen Allianz töten und da entkommen, irgendwann und da ein paar Freunde, sage ich mal, freuen, also hier ein paar Typen, die da wohl überlebt haben, angeblich. Ja, und ich glaube auch da eine Freundin ist da oder so. Genau, die musst du auch retten und darauf basiert das hier eigentlich, aber ich weiß nicht, irgendwie muss hier verschiedene Räume, das ist so eine Mischung aus Alien, also Alien ist so ein Film, da musst du ja erst, die müssen ja auch ins Control Center, um irgendwas zu machen, das ist so. Ja, Alien kenne ich ja. Ja, ja, siehste, und deswegen ist das so ein bisschen, naja, aber es ist nicht wirklich Adventure, also es ist nett gemacht, aber, naja. Aber das ist dann für die Freaks, die da nur Rock of Story haben. Jo, aber wir haben daraufher nicht so richtig Lust jetzt, also, hm. Deswegen, subjektives Fazit, scheiße, objektives Fazit, wer Rock of Story hat, nimm's er. Ja, und rumrennen und rumrennen und rumrennen. So, das war das Fazit und deswegen sagen wir jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.